Ich finde, was bei dieser ganzen Gender-Debatte immer völlig unter den Tisch fällt, ist, dass es ein totales Elitenprojekt ist. Absolut. Also die Gendersprache kommt aus dem Feminismus. Also eigentlich, wie da schon besprochen wurde oder angesprochen wurde, akademisch gebildete, also linke Akademikerinnen, Feministinnen haben sich das ausgedacht sozusagen oder haben es ins Rollen gebracht. Und das ist ein totales elitäres Überstülpen von irgendwelchen Sprachvorstellungen auf die Gesamtbevölkerung. Und wir sprechen hier ständig von Machtstrukturen und von Teilhabe und Inklusion. Aber es ist das komplette Gegenteil. Und deswegen frage ich mich, mit welchem Recht fordert eine winzig kleine akademische Elite so ein sprachpolizistisches oder was heißt polizeiliches Verhalten ein?